Hallo? Der tropft wieder irgendwas? Kann man ja irgendjemand mal sagen wo das Omnitool ist? Omnitool Version 2.5 Smart Access Computer Da ist es! Heimatsu AI Helper Jane Use Tab to see your inventory Ich habe einen Schlüssel. Cool. Und ich habe einen Schraubenschlüssel. Ich kann jetzt hier einige Schrauben verdrehen, wer auch immer mich jetzt hier versucht irgendwie... Ich weiß ihn zu benutzen. Dem fehlten Kopf. Warum fehlt ihm ein Kopf? Was tropft hier schon wieder? Ich weiß nicht... Keine Ahnung was das für einen Sinn macht. Ich lege das mal hier oben drauf und... Ich glaube das war nicht Sinn der Sache, dass er gerade ziemlich geruckelt. Willst du nicht erschrecken? Ich seh nix ne? Du ist da wie im Sack hier drin. Also Atmosphäre können sie. Also Atmosphäre können sie. So viel muss ich auf jeden Fall schon mal lassen. Ich gehe jetzt bloß zurück, weil hier diese Werkbank war. Hier ist offen. Hier geht es also weiter. Ich meine wird nicht viel bringen, weil das Fenster ist kaputt. Mann hör auf. Hör auf zu klappern Stuhl. Ich gehe da hinten hin. Scanning Omnitool. Was kann ich machen? Omnitool. Manage Toolchip. Manage Cortex Chip. Unlock Toolbox Orientation. Das ist das, was du kannst. Du kannst es nutzen, um es zu öffnen. Basically, alle von ihnen. Wenn du nicht, ist etwas falsch. Oder jemand hat dich nicht in da. Mann, was machst du? Du schubst das Omnitool in ein Terminal, und siehst du, ob du es kannst. Ich meine, manchmal musst du in die Plätze, wo du nicht belongst. Findest du ein Weg. Du bist ein Enginier, um zu sagen. Was noch? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it really. Mein Name ist John Strohmeyer, Pathos 2 Security Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Okay. Achso, jetzt haben wir es unlocked, oder wie? Ne, hä? Welcome back, Luis Moron. Your Omnitool is in perfect condition, but not fitted with the toolchip. Note that without the toolchip, your FST kit will be unavailable, including your cross-site security access. To continue using your designated privileges, please insert a toolchip and run an update. Kein toolchip. Kein toolchip. Cortex ist genau das gleiche. Not inserted. Managed toolchip, not inserted. Orientation, hatten wir schon. Warte, was auch immer das sein soll. Inventory. Basic, ductile suit. Unknown, contamination, in use, in use. Okay, okay, okay. Also wir könnten suit 1, 2 und 4 nehmen. Wenn wir das jetzt überhaupt können. System status. Remote access denied. Server offline. Das ist nur Kauderwelsch. Kann ich bitte mein Tool wieder haben? Und kann ich bitte äh, Licht haben. Kann ich mir ein Suit nehmen? Nein, kann ich nicht. Gut. Dann weg. Und äh, ja. Ich würde das gerne... Was ist das denn? Was ist das? Ah. Omni-Tool. Managed toolchip. Your Omni-Tool is in perfect condition and fitted with a toolchip. Run an update to confirm the FST kit. Toolchip updated. Toolchip security cipher. Updated. Aha. Kann ich hier noch eins machen? Äh. Ich möchte noch eins hier. Äh. Gut. Und jetzt mal was drauflegen. Hallo? So. Gut. Ich glaube ich habe alles gemacht, was ich jetzt machen konnte. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch, als wäre hier niemand, ne? Hinter uns ist niemand. Hinter uns ist niemand. Vor uns ist niemand. Oh ja. Ernsthaft jetzt? Was für eine Horror-Story sind wir hier gerade? Ich dachte wir wollten einfach nur unser Gehirn untersuchen lassen. Und Feinde können uns töten. Das ist halt das ungünstigste. Das ist halt das ungünstigste. Ich hätte jetzt eigentlich wegrennen müssen, aber ich war gerade in so einer Art Schockstarre. Ich... Äh. Äh. Ja. Alter. Was ist passiert? Was denn? So. Ich sag doch was. Einer kann dann wissen, dass du das Strom nicht abkannst. Also ich mach mal einen hier auf sneaky sneaky, weil alles andere scheint mir irgendwie sinnlos zu sein. Warum kann ich hier nicht weiter? Ich bin irgendwo falsch abgebogen, kann das sein? Ne, das hatten wir schon. Ich glaube ich bin falsch abgebogen. Ich hab mich zu sehr ablenken lassen, weil hier ist ja nun ganz offensichtlich kein Weg. Aber offensichtlicher ging es ja gar nicht. Wie viel hält der eigentlich aus bis er umfällt? Ah. Wodens. Ist nicht wahr. Ich hab´s doch gesagt, die ganze Zeit übers Tröpfeln hören. Jetzt wäre ich unter Wasser. Und ich bin unter Wasser. Ha, toll. Absalon. Hätten sie auch Rapture nennen können. Absalon? Come on, we worked here for years. You're not even going to miss it a little bit? A power plant for the psychotic machines. I'll find a vehicle. Ha, ha, that's cold, man. It's not Absalon's fault, it got swamped. Whatever. Seal that thing and get back to camp already. Roger, sir. Ah ja, okay. Also wir sind in einer Unterwasserstation, wo Maschinen plötzlich die Kontrollübernahme haben und wir sind mittendrin statt nur dabei. Na, ganz toll. Und das sieht aus, als wäre ein Hai, äh, Hai, ja, ein Hai befallen worden von irgendwas. Sag mal, äh, kann das sein, dass sich dieses, äh, mechanische Zeug mit dem Organischen verschmelzen möchte? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Ich glaube, dass sich hier irgendwas versucht hat auszubreiten. Deswegen haben wir jetzt hier überall diese komischen Gewächse und deswegen hat auch dem Typen von der Kopf gefehlt, weil irgendwas versucht hier die Station zu übernehmen. Warum sind wir hier? Was haben wir hier verloren? Das hat doch nichts mit einem normalen Brainscan zu tun, oder? Was ist jetzt los? Okay, ich kann da was machen. Nicht den Finger da reinstecken. Ich sehe nichts. Die Lüftungsschacht, echt jetzt? Also, wenn das Dead Space ist, kann ich hier nicht angegriffen werden. Aber es ist nicht Dead Space. Wenn ich jetzt wirklich was umbringen will, warum lässt es uns immer und immer wieder... Ist ja auch egal. Es weiß ja nicht, dass wir hier sind. Geht nicht. Okay. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Ich will hier einfach nur raus. Und Beschwerde einreichen. Ich will mich über Manchi beschweren. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Wirklich nicht. Oder hat das was mit seinem Hirnschaden zu tun? Bildet er sich das alles nur ein? Eine krasse Einbildung. Ich muss mir immer noch krabbeln. Ist doch hoch genug. Und ich war das alles noch nicht. Was weiß ich das? Ich war es nicht. Ich weiß nicht. Du bist gut. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja. Ich weiß es. Der Körper ist hier. Ich weiß es. Aber er ist bloß. Und ich weiß es. Was denn du da? Ich meine, wir helfen. Man kann mit ihm reden. Ich muss mir ganz kurz erstmal die Umgebung anschauen, bevor ich jetzt irgendwas Blödes mache. Radio Signal blockt insufficient Power. Radio Signal blockt insufficient. No, nicht! Äh? Ich brauche es! Warum? Ich war okay. Ich war glücklich. Was haben wir gerade gemacht? Ending by. Manual boot sequence. Was ist jetzt los? Ich mache mal ganz kurz was anderes, weil das ist mir ein bisschen zu unsicher, wenn die Tür unter mir offen bleibt hier oder irgendein Schacht noch offen steht.